Hallo liebe Leute! Und da sind wir wieder bei einer OBI! Und zwar entkommen der Schule-OBI! Yeah! Wir haben leider Wartezeit, also nicht drücken, nicht drücken, nicht drücken! Nicht drücken! Erstmal reinzummen, was das cooler gerade ist. Reinsummen. So. Wir sind die Schule gerne noch schlecht zu tun, jetzt arbeiten wir hier. Sätzchen, dann arbeiten wir hier. Wo sind deine Lernbücher? Ich habe keine Bücher. Aber das heißt, entkommen der OBI! Jetzt komm schon! Oh! Oh kacke! Oh! Tschüss! Auf, verdammt! Ich muss aufziehen, warte! Komm mal, schnell! Ja, ich versuch's ja! Los, bei dich! Ich komm schon, ich komm schon! Kacke, ich nehme weg! Der ist richtig streng, der Lehrer! Wir müssen wegrennen, bevor der Lehrer uns kriegt! Guck mal! Aber das ist richtig langsam! Wir haben Feuer-Alarm angemacht! Ja, du Schlüpfungsschacht! Da kommt der fette Hörn-Burs! Komm! Schnell! Komm! Hey, kommt! Oh nein, nein, nein! Geh rein! Jetzt! Also reinzummen ist echt besser bei mir! Gerade! Habe ich gehört! Das verstehe ich jetzt nicht! Ich auch nicht! Komm mit! Guck nochmal rein! Warte! Gibt's da noch ne Möglichkeit irgendwie? Ah, das geht nur manchmal! Komm durch, komm! Hier durch! Ah! Weil sonst fallen wir in den Mixer! Ja! Ja! Hier ist neben! Ich finde das immer so witzig! Ja! Ja! Also bis jetzt trage ich mich noch nicht bei dem Spring-Teil an! Und du Papa? Also die Obi hier ist auf jeden Fall echt nice gemacht, finde ich! Die sieht schon echt cool aus! Aber findest du die schwieriger als die andere? Ich ja! Die ist schon schwieriger als die von gestern, auf jeden Fall! Ja! Checkpoint erreicht! Aber immer noch finde ich easy! Oh nein! Ich bin glücklich! Aber die sieht auf jeden Fall echt gut aus, finde ich! Also muss ich auf jeden Fall mal sagen! Ich bin jetzt gut gemacht! In welcher Stage bist du gerade? Ich bin bei... Wo steht denn das jetzt hier? Bei Stage 6! Aber der läuft auch irgendwie nicht schneller! Das ist da! Bin jetzt bei Stage... Nein, warte! Achso? Ach... Jetzt! Hey! Typ, geh mal weg da! Der hat mich weggedrückt! Der hat mir meine Chance zum Sieg genommen hier! Also ich dachte immer, ich kann Obi schlecht, ne? Aber wenn ich es manchmal sehe, wie andere spielen, ne? Da muss... Da bin ich ja schon richtig der Pro-Gamer hier, ey! Aber wenn ich wiederum sehe... Wollte ich gerade sagen, aber wenn ich da wieder Mika sehe, ne? Alter! Was bin ich denn da? Der rennt hier durch, wer sich die letzte Obi angeguckt hat. Die war so echt... Der war bestimmt, äh, 20 Checkpoints vor mir gewesen und hat gewonnen. Gummklasse! Mann! Das interessiert mich alles nicht! Oh! Jetzt musst du auch das können! Ja, mach auch mal Sport, dicker, alter! Viel Spaß dir! Jetzt kann ich nämlich schon wieder dich überholen, weil du das ganze Gelaber erzählen musst! Es ist Zeit für die Gummklasse! Ja, 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 ja! Ich will wegdrücken, bitte! Ich muss weiter! Ja, guckt jetzt nicht so wie so ein Sumoringer, alter! Ey, guck mal wo ich schon bin! Bin da bei diesen Teilen! Ich kletter das schon hoch! Hast du nicht gesehen, ne? Echt nice! Auf jeden Fall! Äh, wir gucken! Ich bin auch schon hochgeklettert! Das ist so richtig Sport-Bot hier! Siehst du mich? Ich spring gerade! Hast du nicht gesehen? Ei! Ei, ich muss weiterkommen! Also wie ist da... Alter, ist wirklich Gummklasse hier, alter! Oh, ne! Nicht schon wieder, ja! Richtig OP! Ja, wenn das nicht 30 Runden renne! Hä? Was war das denn jetzt? Bin ich jetzt aus Versehen irgendwo gelandet? Hä? Oh, nein! Nein! Hä? Das ist zu schwer! Ich gebe auf! Ich weine zu Hause! Haha! Lass mich doch bitte rein! Michael, ich komme nicht durch! Da musst du auch nicht durch! Hinter dir! Da musst du weiter! Hä? Bin ich jetzt woanders... Hä? Von da komme ich doch! Ich bin ja rumgeklettert! Anscheinend nicht, Papa! Du hast was falsch verstanden! Ne, dreh dich mal noch weiter! Ich komme von dir in den Dicken hier! Dreh dich doch weiter! Einfach um! Weiter! Noch mal nach vorne gucken! Vorne gucken! Noch mal, du musst da zur anderen Tür! Wo der eine Typ da ist! Sag nicht, ich bin in die falsche Richtung gelaufen! Anscheinend doch! Da gibst du eine falsche Tür! Obwohl, ich weiß es nicht! Ich bin mir nicht sicher! Weißt du? Mach damit! Ich habe keine Ahnung! Alter, veräppelst du mich gerade! Es gibt irgendeine Tür da vorne, das ist richtig! Du musst nur die richtig! Irgendeine Tür ist richtig! Bin ich echt zur falschen Tür, oder was? Ich bin mir nicht sicher, Papa! Immer noch! Jetzt bin ich halt irgendwie gerade ein bisschen verwirrt! Ich könnte schwören, ich kam von hier! Anscheinend hat sie es ja auch falsch gemacht! Du findest da raus einfach! Tatsache! Oh mein Gott! Das ist doch Zeit für Football! Das ist noch nicht vorbei! Sagt er mir hier! Ich bin schon bei... Du bist erst bei 40! Ich bin schon bei 18! Ah! Also ich muss irgendwie an allen hier vorbei! Und das wo die rennen können und ich nur so lahmarschig bin! Ich muss vermutlich zu der nächsten Tür da hinten! Schnell! Lauf! Ja! Tatsache! Also die Obby ist etwas schwieriger als die von gestern! Auf jeden Fall! Ist richtig schwer! Ich höre auch Mika immer wieder sterben! Nein! Hätte ich meinen Mund nicht aufgemacht! Ich habe sie gefunden! Die Tür! Ich muss nur schnell sein, dass du nicht weißt, wie die Tür ist! Dass man das zu 10 Mal finden muss! Hä? Von da komme ich doch oder nicht? Alter Mika! Das setzt mich immer so komisch ab! Das verwirrt mich voll! Ich kann dir auch! Oh man! Das macht mich echt total bekloppt, diese Obby! Leute! Mein Kopf! Moment! So! Siehst du? Der guckt nämlich in die falsche Richtung! Der setzt sich nämlich so komisch ab! Dann denkst du... Deswegen bin ich wahrscheinlich vorhin sogar 2 Mal den Weg gelaufen! Da muss man echt aufpassen! Also nicht da wo ihr hinguckt seid ihr richtig! Weil ihr dort so spawnt! Auf jeden Fall! Nochmal hier! Und bei in Süßigkeiten Land! Und wieder! Ich bin immer ein Teuer! In Süßigkeiten Land! Yeah! Oh Gummiverschen! XXL Gummiverschen! Lecker! Will er die richtige Tür? Alter! Verarsch mich doch nicht! Was hast du für ein Glück? Wie kann man so ein Glück haben und trägt beim ersten Mal die richtige Tür ab? Nein! Tag! Winrael! Amina! 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 Uh, zusammenmischen! Au, au, au! Ob das gut geht! Könnt man aber nichts machen! A, tadaaa! Ja, ja, ja! Darf ich jetzt? Hallo! Ich muss weitermachen! Du musst mich überholen Ola! Auf jeden Fall! Oh Gott, ich komm gar nicht vorwärts, Alter. Oh, ich bin schon mein Nächster. Oh, der Lehrer! Ich bin anders. Da war schon mal wieder ein Checkpoint. Gummibarschis! Oh, die sind lecker, ne? Also ich weiß nicht, die von Haribo... Momentan... Die von Haribo finde ich nicht mehr so lecker. Die schmeckten mal wirklich, fand ich gut. Aber irgendwie schmeckten die auf einmal gar nicht mehr. Weiß nicht, was die damit gemacht haben. Moment! Schon wieder genau dasselbe. Leute, Leute, Leute. Da müsst ihr echt voll drauf achten. Der packt euch echt ganz fies in die falsche Richtung. So, grün ging grad nicht. Und jetzt? Na, rot... So, jetzt habt ihr gesehen. Da guckt ihr mich echt in die falsche Richtung. Ist nämlich richtig mies, ey. Was macht man das denn? So, weiter. Hi! Komm mal. Oh, deine Lücke. Oh, eine Lehrer, die guckt doch mal richtig böse. Und was ist denn mit dem los? Ich stelle sie schon mal nicht. Hey, schau, da kannst du mir mal helfen. Wie macht man das? Wie macht man das? Äh, irgendwie die Kisten nutzen, auf jeden Fall. Hier in den Dings rein, hier oben geschafft. Da sagst du mir nichts, oder was? Ja! Und da ist der Mixer! So, ich bin schon mal in der nächsten Stage. Stage 24! Ah, ist das offen? Der Direktor will mich aufhalten, Papa. Ich denke, er kann mich aufhalten. Tschüss! Ich bin entkommen. Das wird Neville für dich etwas schwierig werden. Für mich. Vielleicht kennt ihr das ja auch, was ich denke, das war da gewesen. Mit dem Mixer. Guck mal, hab ich entdeckt! Mamas Joghurt! Da kommen die App ja nicht so in den Becher, sondern in den Mixer! Der macht drei drauf. Und der kommt oben drauf. Meine Mama sagt dazu, Frucht! Aber ich sag dazu, Frucht Allah! Party, hast du meinen Frucht? Müller Frucht, der einzige Joghurt mit Frucht-Alarm. Alles müller? So, war ich jetzt hier richtig? Da ist auch noch so ein Ding in da. Checkpoint. Ich bin schon viel weiter als du, Les. Ja, schön, Mika. Das freut mich für dich. Weißt du, weil du nicht warten wolltest. Ja, das dauert lange. Ja, das... Ja, das rief schon wieder innerlich auf. Jetzt sieht man schon, ich bin da gar nicht mal durch. Aber es ist auch voll schwer, das Scheißgitter hier. Ich komm eh gerade auch nicht klar, was ich machen muss. Ich bin schon so weit. Jaaa! Ich bin schon so weit. Jaaa! 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 Ich dachte, es wirbt da drunter. Aber irgendwie doch nicht. Ich weiß auch gar nicht, zu welchen Steaks das hier geht. Hier steht auch gar nicht, wieviel Prozent man gemacht hat und so. Genau. Wo willst du das wissen? Ich weiß es nicht. Es könnte sein. Also du vermutest das einfach mal, es geht bis 1000. Ja. Das ist auf jeden Fall echt eine Hobby, die ist schon echt krass auf jeden Fall. Die ist ziemlich nice gemacht auf jeden Fall. Finde ich. Und ist auf jeden Fall etwas schwieriger als die, die wir gestern gemacht haben. Also etwas mehr Herausforderung. Jetzt komme ich auf jeden Fall auch ein bisschen vorwärts. Also ich weiß nicht genau, was die hier für eine Schule haben, aber das ist schon... Oh! Das ist schon wirklich, naja, ein bisschen bedenklich, ne? Wenn man das so seine Kinder drauf... Nee, das ist jetzt nicht wahr. Ich muss schon wieder hier am Gitter anfangen. Ne, Moment mal. Quatsch. Da... Ihr wisst schon. Oh. Ja. Moment. Falsche Richtung. Das guckt ja in die falsche Richtung. Nach da. Ach so ging das! Ah! Hä? Doch nicht. Ich hab wirklich hier erst den Spawnpunkt. Krass, ey. Mika, ich komm immer nicht über dieses Gitter rüber! Ja, kurz Pause gemacht und sofort geschafft, ey. Wenn man sich so beobachtet fühlt, ne? Das ist, ähm... Ja. Dann kriegt man es irgendwie nicht so ganz zustande. So, jetzt gehen wir hier rüber. Hier war doch sogar ein Checkpoint, aber der hat mich da nicht wieder starten lassen. Oder... Ich bin nicht drüber gelaufen. Das war natürlich jetzt nicht so clever. 32! Ich hab am meisten SNL-Spiel. Am meisten geschafft. Ey, das ist aber nicht wahr. Bist du wieder gestorben? Boah! Das ist so brutal, ne? Hier sieht man dann meine Hardcore-Obby-Fähigkeiten nicht vorhanden. Nicht vorhanden. Ei, 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 ei. So, jetzt, jetzt, jetzt aber. Jetzt aber. Bitte noch ein Checkpoint. Jetzt komm ich hier nie wieder weg. Ach, hier war ich doch sogar auch schon, ne? Nein, ich bin so schlecht. Hä? Hä? Warum hat er denn die Checkpoints nicht genommen? Also, ich hab grad so eine schwierige Stage. Check ich einfach nicht. Ich lauf doch jetzt nicht gerade wieder rückwärts, oder? Ja. Mika, guck doch mal. Weiß ich nicht. Nee, du rollst nicht vor irgendwas. Glaub ich verstehe. So ein Lineal-Ding kenn ich doch auch irgendwo her schon. 27? Guck mal mal ganz kurz hier. 28? Nee, ich lauf nicht rückwärts. Das sieht einfach nur gleich aus. Aber hier war ich doch auch schon. Boah. Ist schon der Finger schon wie auch so. 29? Nee, ich bin richtig. Was hat denn geilen Pathway? Einer dieser was? Habe ich jetzt nicht gesagt. Bestimmt ja einer dieser Dinger hier. Hä? Das ist ja unlogisch. Ich spring über das Teil drauf und über und sterbe daran. Das ist voll logisch hier. Hier muss man gegen Wind anrennen. Das Spiel möchte einfach nur, dass du auf mich wartest hier. Aber ist schon echt, auf jeden Fall echt krasser Hobby. Aber teilweise auch, stellweise ein bisschen verwirrend irgendwie. Sicherlich an mir. Ja. Mein Bruder würde jetzt wahrscheinlich sagen, man hat ganz genau gesehen, wo du lang laufen musst. Danke. Wahrscheinlich. Der Typ bei der quietsche Entchen. Ja toll. Krieg ich das auch so ein quietsche Entchen? Oder wie funktioniert das jetzt hier? Ja. Dann versuch das mal. Der hat sich auf jeden Fall echt ein bisschen was einfallen lassen hier. Das muss ich ja mal wirklich sagen. Ich habe das Spiel jetzt losgespielt. Schon? Ja. Ja cool. Aber verrate nichts. Ich komme da auch hin. Nicht spoilern. Ja. 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 Ich schnuck du. Ja. Ich stieße das kann man. Es gibt schöne Sachen. Ich kann das machen. Ich muss das machen. Aber ich habe wieder in diese Stelle viele Leute meinen Papa überholt. Also. Ja, aber vorher. du bist auch zwischendurch wie ich noch kurz geguckt habe bis dahin einfach weitergelaufen das war echt gemein was denn jetzt hier ich muss ich auch gar nicht da lang hatte mal wo kam ich jetzt schon wieder von wo kam ich denn jetzt von da okay also ich könnte also vielfalt durch einzelne türen hier latschen durch diese tür die durch die nicht oder das war nämlich gerade jetzt nicht so aus ging es doch doch hier kann ich auch durch das reden die immer das war genau das ding von wo ich auch schon gekommen bin also ich muss tatsächlich dieses klo rein laufen das ist auf jeden fall echt eine nette lobby muss ich echt sagen ja vielleicht ist ja ich glaube sie war sogar ganz neu stand da nicht ich meine ich denke mal er wird wahrscheinlich noch neue neue video und so machen wenn er ein like da lässt dann wird er bestimmt auch noch mal da dransetzen ja vielleicht vielleicht ja vielleicht nein was macht ja ich habe ich gemacht dass ich doch nicht klar ich habe ich kann das einfach zu bauen wo die leute eigentlich loskommen das ist aber doof kann ich immer mal eben wenn ich zurücksetze dann habe ich hoffentlich genau hier na hoffe ich ja dann sehe ich auch wieder meine spielfigur ich hoffe du kommst daraus nicht mehr so eine stelle mal gucken wir mal was auch so weg fang da muss ich aber hin komm ich noch die seite das ist also richtig fies jetzt soll das denn jetzt komm schon wie kann man komme ich da hinten zu der leiter das ist ja das ist ja klar wahrscheinlich lacht ihr euch würde ich ich bin ich lacht ihr euch so kaputt wie ich ah hier bin ich mir sicher erst einmal loslegen dann findet man den weg schon so ich hab ein labyrinth gebaut kommen sie mal nicht mehr durch oh ja ich habe meine scharfen so jetzt komme ich auch zur leiter du hast die schule entspannter jede woche eine neue station macht der wohl anscheinend komm mal gucken wer fetter ist äh du muss auch drauf gehen geh mal drauf gleich gleich die sind gleich fett ja aber tatsache ey guck mal ich kann sogar schweben guck ja tatsache cool ja also bis stage 37 geht das hier ja und dann wenn ihr die rutsche runterrutscht dann seid ihr irgendwo wieder oh 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 brutal ok leute also herzlichen Dank dafür hoffentlich hat euch die folge gefallen und bis zum nächsten Mal dann lasst gerne die genachten Abo und ein Like da hab ich glaube schon gesagt hab ich nicht gesagt das hast du schon gesagt aber ansonsten noch einmal der Hinweis nicht vergessen vielleicht doch die Glocke aktivieren dann kriegt ihr meine Info wann wir ein Video hochladen und danke fürs Zusehen Leute bis dann ciao ciao